Wie weit ist denn die Toilette entfernt? Gott, wie weit ist denn die Toilette entfernt? Wenn man vom Tal verschwindet. Gott, wie weit ist denn das? Doch, ich habe die Toilette entfernt. Ich habe die Toilette entfernt. Eieiei, ich hab jetzt seit langem kaputt die Tür ganz lange aufgemacht. So, ich hätte jetzt einen Todesschock bekommen. Ich würde schon wieder hochgehen. So. Nein, ich wollte doch nicht die Kamera durchlaufen. Oh nein. Jetzt habe ich fast nichts mehr. Das ist ja prima. Scheiße, ich habe nichts mehr. Eieieieiei. So viele Schmerzen. Oh Gott, jetzt kommen wir ein bisschen mehr auf den Bediener des Orgs. Oh mein Gott, da ist es. Oh oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.